Zweite Strophe ab der Hälfte und steig halt dann ein irgendwie. Musst mir erst shaken, es ist fürs Video. Das machen wir gleich gleich nochmal. Das machen wir jetzt lieber nochmal. Ich war mit dir. Herr Toupet! So, oder was? Ach so, ja. Herr Toupet! Das klingt wie ein Höllen-Toupet. Haha, Herr Toupet, ja. Das gibt's hier von Tobenegger. Okay, also normal, ja, ist schon klar. Ich hätte auch ganz gern, dass das irgendwer singt, aber egal. Ich kann's nicht immer singen. Ich mach die singen. Herr Toupet! Herr Toupet! Herr Toupet! Das war jetzt ein bisschen stief, oder? Du warst zu lang. Es ist schwierig, wenn man nur für einen Satz allein sitzt. Herr Toupet! Wie singst du es? Ich soll's nächstens gut haben. Herr Toupet! Herr Toupet! Herr Toupet! Herr Toupet! Herr Toupet! Herr Toupet! Okay, nochmal. Es gibt nicht zu viel Attitüde. Ain't no way! Herr Toupet! Oh, hoppala. Ach so. Jetzt war ich's nicht checkt. Normal, bitte. Normal. Das ist wie so ein spitzen Video. Herr Toupet! Das war okay. Zölln Toupet. Doppeln, oder? Richtig. Herr Toupet! Was? Doppeln oder nicht? Nein, warte mal. Jetzt müssen wir uns... Doppeln, oder? Du musst sagen, wenn du einen Doppel machst. Okay, ja. Ach so. Haben wir nicht gehört. Herr Toupet! Herr Toupet! Herr Toupet!